My house, my house, take a trip to my house Und wie immer, eure Pack-Pulls, euer Pack-Lack rein, runter in die Kommentare Aber vor allen Dingen natürlich auch eure Meinung zum heutigen Content Denn da haben wir Serschnabry als Spieler SPC Wir haben die ELA-Liga-Finale wieder am Start Wir haben die Tots-Armelder-Upgrade-SPC Und natürlich Tots-Challenge Nummer 5 Ja, das ist einmal die SPC, die Puzzle-SPC Wo wir uns die Erfahrungspunkte heute sichern können Ja, und da gehen wir natürlich auch einmal rein In dem Sinne, lehnt euch wieder zurück, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken Und dann gehen wir rein und wie jeden Tag starten wir erstmal hier mit der Tots-Anmelder-Upgrade-SPC Ich selber habe ja gestern schon in dem Video das Tots-Pack aus diesem Anmelder-Upgrade-Boni quasi gesichert Falls ihr aber eben vergessen habt, hier an dem einen oder anderen Tag eben diese Anmelder-Upgrade-SPC zu machen Sie ist jetzt noch insgesamt 5 Tage da Also nehmt da sehr, sehr gerne mit Und so wie ich jetzt zum Beispiel auch, falls ihr das durch habt und das Tots-Pack schon gesichert habt Könnt ihr natürlich trotzdem noch in die tägliche Tots-Anmelder-Upgrade-SPC reingehen Raus an euch Freunde, benutzt bitte eure Erstbesitzer in eurem Verein Ihr seht folgendes, also die Bedingungen sind Maximal 4 Länder, das ist eine Maximalbegrenzung Mindestens 3 Vereine Maximal 5 aus derselben Liga Und mindestens 2 aus seltenen Spielern 80er Rating haben wir dann am Start Und 27 Team Schmied So, jetzt aber wichtig Freunde Ihr seht unten, ich bin mit der Premier League und Engländern gegangen Obenrum bin ich dann mit der Bundesliga gegangen Und hier auf der rechten Seite seht ihr nicht, das ist dann Bus Gagli von PSV Eindhoven Einfach als Franzose Weil Kulumuani natürlich auch Franzose ist Um dann keine weitere Nation dabei zu haben Denn maximal 4 Nationen Wichtig ist aber hier, ich hab Grifo Untradable Freiburg ja aktuell durch diese Objective-Geschichte Die wir gestern besprochen haben mit Turam Am Start, also benutzt bitte eure Untradable-Spieler Und sonst ja einfach ein anderes Bundesliga-LM-Spieler nehmen Falls ihr es 1 zu 1 nachbauen wollt Ja, und apropos Turam Objective Da gerne mal unten einen Link in der Beschreibung dazu Auf dem Clip-Channel, Freunde Auf dem Clip-Channel habe ich da jetzt wirklich alle Lösungen Wie ihr das lösen könnt mit der Turam Objective-Geschichte Aber dazu gleich nochmal später mehr Ein separates Video online gestellt Werde ich euch vielleicht jetzt hier auf dem i einmal einblenden Falls ihr also da nach einer Lösung sucht noch In Bezug auf die Rätsel Dann ist sie da auf jeden Fall zu finden in diesem Video Genau, ich wollte euch eine Anlaufstelle quasi geben Genau, aber das auf jeden Fall später nochmal mehr dazu Jetzt erstmal Touch-Channel Nummer 5 Ich denke, es ist simpel Was ihr auch machen könnt, ist eben dann zum Beispiel Grundsätzlich mit 2 oder mit einer Top-Nation zu gehen Denn maximal 4 Länder Das Einzige, was schwierig ist, ist halt maximal 5 aus derselben Liga Da müsst ihr darauf aufpassen Das darf nicht überschritten werden Ihr könnt aber theoretisch natürlich auch mit einer Nation gehen Ob das Brasilien, Argentinien eine Top-Nation ist Ist komplett euch überlassen Wichtig ist, wie gesagt, nur grundsätzlich Untradable Spieler oder im Idealfall Spieler Die ihr schon im Verein habt, natürlich nutzen Und, bevor ich es vergesse Natürlich auch die Positionen mal bei euch im Verein abchecken Ja, da sind ein paar RMs Die Richtung 80er Rating gehen Und Co. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Innenverteidiger ZDM und so weiter und so fort Die sind natürlich jetzt auch preislich höher gegangen Ein 8 Bundesliga-Spieler-Pack bekommen wir da zurück Auch das werden wir natürlich gleich öffnen Ist doch logisch Touch-Challenge Nummer 5 haben wir damit auf jeden Fall aber schon mal abgeschlossen Und ich denke, das kriegt ihr auch hin Vor allen Dingen ist es 5 Tage da Ihr müsst es nicht heute Abend machen Ihr könnt es morgen Abend auch nicht machen Ihr könnt es ganz entspannt in 3 Tagen machen Oder 4 Tagen Das ist auch gar kein Problem Ja, dann die kurze Erinnerung für das 8. LaLiga-Pack Was zum Aussparen ist dann eben für nächste Woche Das LaLiga-Team auf das Season, was um die Ecke kommt Da gehört uns ihr hier für den 81er-Wayne-Squad Genauso wie gestern Auch wieder LaLiga-Pack Könnt ihr auch machen Ganz entspannt, wenn wir uns jetzt hier nicht in einem Video machen Aber es ist 23 Stunden da Für euch zur Erinnerung Dann haben wir die Spieler-SPC Über die wir heute definitiv reden müssen Denn, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht Aber das erste, was uns natürlich einfällt Und in den Kopf kommt, ist Der gestern gekommene Sané Team of the Season Der auch RM spielen kann Und jetzt bekommen wir eine 93er-Nabrikase Eine Woche da Und ich kann jetzt eines sagen Sie ist auf jeden Fall teuer Es sind zwei Segmente Lasst uns da direkt mal reingehen Ein 86er zum Starten Und ein 88er Nummer 2 EA denkt natürlich Wir haben jetzt keine Voraussetzungen mit Team of the Season-Spieler mit da drin Aber EA geht ganz, ganz klar davon aus Dass wir natürlich Duplikate Tots oder Tots-Spieler Die wir eben im Verein haben und nicht nutzen Ja, im Endeffekt in diese SBC ballern Um eben einen Nabri zu ziehen Die Frage ist, lohnt sich diese SBC? Und das werden wir uns heute auf jeden Fall genauer anschauen Wir werden reingehen gleich in den Sané-Nabri-Vergleich Denn eins dürfen wir auch nicht vergessen Sané ist schon weit Ich glaube bei 80k aktuell Weit unter 100k Und diese SBC Ich kann direkt mal gerade schon mal parallel zu Footpins schauen Ob da ein Preis jetzt kurz zu 19 Uhr drin ist Das ist aber bei 190.000 Münzen Am PC bei 200k Also mehr als das Doppelte Was Sané jetzt auf dem Transfermarkt kostet Kostet einfach Serge Nabri Und wenn wir uns jetzt mal anschauen Was er sonst so mitbringt 4 Sterne, 4 Sterne Hochmittel-Arbeitsraten 4 Sterne, 4 Sterne Hat ja auch Sané jetzt übrigens Dann RM und rechter Flügel Also der kann nur auf der rechten Seite unterwegs sein Und dann haben wir natürlich gutes Tempo Das sieht alles schön gut aus Ja, 91 Schuss 89 passen Sieht auch gut aus Dribblinge Sieht auch wirklich gut aus 94er Dribbling Ich will das gar nicht schlecht reden Was ich hier sehe an Stats 88 Ausdauer ist am Start Aber EA weiß ja auch Dass ein Sané am Start ist Der zum einen mehr Positionen spielen kann Zum zweiten ebenfalls deutscher ist Zum dritten ebenfalls aus Bayern ist Und eben Ja, der hat zwar ein 91er Rating Aber ich denke Von den Stats her Kann der auf jeden Fall mitsprechen Vor allen Dingen Weil er eben auch Forster Forster hat Nabri jetzt ebenfalls auch Anfällig für Verletzung Flair bringt er hier noch mit Und da bin ich mir ganz ganz unsicher Ob sich dieser SPC Stand jetzt lohnt Das ist mein erster Eindruck Wir werden das gleich on point Nochmal bei Footbin Ja, quasi Weiter argumentieren Und er bekommt auf jeden Fall Diesen Tots Moments Sehen wir hier Für seinen Hattrick Gegen Werder Bremen Falls ihr da noch Interesse habt Wieso er seinen Tots bekommt Da steht es also Genau Gehen wir einen Step weiter Und das ist zu den Zielen Da wollt ihr euch wie gesagt Nochmal drauf aufmerksam machen Und zwar Diese Bundesliga Jahresrückblickgeschichte Falls ihr da wieder weiterhin Probleme habt Thuram die Packs und Rewards weiter freizuschalten Kann ich euch wärmstens nochmal wie gesagt Zu empfehlen auf dem i zu klicken Oder am Ende des Videos Werde ich euch wahrscheinlich hier einfach unten einblenden Dann findet ihr wie gesagt Die Lösung zu der Bundesliga Jahresrückblickgeschichte Momentan aktiv Hier haben wir schon mal richtig gute Packs gezogen Teilweise Oder ja schon einige Tots gezogen Muss man ganz klar so sagen Wir starten jetzt mal hier rein Mit dem Da ist es 81 Zweier Pack Aus der Tagesanmeldung Vielleicht gönnt es ja Was blau ist Nein In dem Fall nicht Wir haben Schottland Linke Linksverteidiger Und deshalb Bitte reingehen Freunde In die Tagesanmeldung Upgrade SPC Robertson ist am Start Das ist doch mal sehr 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 nice Vor allem zwei von Liverpool Für ein 87er SPC Futter Nehmen wir das gerne mit Und Firmino Ab auf die Transferliste Ich weiß gar nicht Ob wir hier noch Ja theoretisch Ja jetzt noch als Bundesliga Pack Oder wollen wir noch Ein anderes Pack öffnen Ich bin mir noch nicht sicher Vielleicht auch gleich noch Also hier ein weiteres La Liga Pack Könnt ihr euch wie gesagt Sichern Das nicht vergessen Und hier ist jetzt Das Bundesliga Pack Wohlgemerkt Tradable Tradable Freunde Tradable am Start Acht Bundesliga Spieler Pack Let's go Come on Nix blaues Freunde Falls ihr die SPC gemacht habt Und davon gehe ich aus Lasst mich gerne wissen Was ihr in dem Pack Drinnen hattet Und Das geht definitiv besser Das geht definitiv besser Und falls ihr euch jetzt fragt Und weil die Frage Bekomme ich immer Immer wieder rein In Bezug auf die andere SPC Hier haben wir es am Start Bundesliga Team of the Season Da haben wir jetzt eben Wie gesagt Diese Geschichte Für 2500 Erfahrungspunkte Abgeklärt Hier brauche ich noch zwei Siege Und dann haben wir hier Diese SPC Da steht es Schwarz auf Weiß 15. Mai kommt die raus Also in zwei Tagen Am Montag kommt die Bundesliga Premium League Upgrade SPC raus Falls ihr euch fragt Wo die ist Haben wir letzte Woche Ja ganz ganz oft Gefragt bekommen So Preview Pack Hab ich schon aufgemacht Freunde Die Münzen Pack Ist auch noch nicht am Start Deshalb gehen wir jetzt Direkt weiter Und zwar eins der Weiter zu Footbinder Aber die SPC Ich hab's euch eben gesagt 200k Wir können nochmal gerade Refreshen 200k 190k Diese Napri SPC Tod Challenge Auf jeden Fall ein Muss Ich glaube das brauche ich euch Natürlich hier nicht zu sagen Und hier haben wir dann direkt Die beiden Spieler Quasi im Vergleich Gehen wir erstmal auf Napri nur ein Auf den Vergleich Wie sieht das Upgrade aus 7 Pace 4 Schuss 7 passen 14 Freistoßgenauigkeit Uiuiuiuiuiui 7 Dribbling 6 Def Und die Also man muss erstmal Grundsätzlich sagen Der Boost Ist auf jeden Fall Ein ordentlicher Das muss man mal Ganz klar festhalten Er hatte ja schon vorher 4 Sterne 4 Sterne Die World Cup Geschichte Aber wenn ich jetzt hier Das so sehe Also das Upgrade Lässt sich auf jeden Fall sehen 10 auf 11 Meter noch Das lässt sich auf jeden Fall sehen Also da kann man nichts Schlechtes gegen sagen Und jetzt kommt das große Aber Wir haben den Vergleich Eben jetzt mit Leroy Sané Und wenn wir uns das dann mal anschauen Leroy Sané Bekommt Oh Gott Oh Gottes Willen Ich habe euch eben gesagt Der kostet 80.000 Münzen Warte Wir bleiben mal hier Wir bleiben mal hier Und packen hier Und packen hier Uns mal gerade Leroy Sané nehmen Um mal gerade Den Preis nochmal abzulegen Halt da Das kann nicht wahr sein 162k Können wir den nicht irgendwo Gerade Stündlich Ah da haben wir es perfekt Stündlich 70k Und Cross War der bei 100k Sogar Warte Was ist das 17 Uhr eben noch Hoch Also Freunde Das ist wirklich wild Das ist wirklich wild Und jetzt Ist er bei 70.000 Münzen Hier nochmal Für euch zur Erklärung Er kann LM spielen Er kann RM spielen Er kann ZOM Er kann Linker Flügel Er ist ebenfalls 4 Sterne 4 Sterne Er hat Welche Arbeitsraten Okay Nur Mittel Mittel Das ist der Unterschied Von den beiden Auf jeden Fall schon mal So Und jetzt gucken wir uns mal Gerade den Vergleich wieder an Zwischen den Bayern Mein Gott Also Total Stats Hat Ein bisschen mehr Ein Nabri Und Ingame Stats Hat Ingame Stats Hat an Sané Ein bisschen Genauso 4 Punkte mehr Also die sind wirklich Fast identisch Guckt euch das an 94 zu 95 Pace 97 zu 96 Antritt 91 Mehr Sprintgeschwindigkeit Bei Sané Bei 95 Plus 4 Unterschied Dann haben wir Den Schuss Beide bei 91 Schuss Positioning Leicht besser Plus 3 Bei Nabri Dann wieder Plus 1 Schusspower Longshots Plus 2 Besser Plus 3 Volleys Identische Elfmeter Bei 80 Oh Gott Wenn wir das jetzt mal Komplett durchgehen 89 passen Haben auch Beide Also das ist doch Krank 2 Vision Hat er mehr Die Übersicht 2 Crossing Hat aber Sané Mehr Viel mehr Freistoß Genauigkeit Hat definitiv Sané Plus 2 Unterschied Beim kurzen Pass Dann 6 Longpassen Ein bisschen mehr Definitiv mehr Bei Nabri Und dann haben wir Definitiv mehr Curve Bei einem Sané Schön von außen Mit den Curve Shots Das war auf jeden Fall Nice Dann plus 2 Overall mehr Dribbling Bei Nabri So und da seht ihr auch Wieder Der Unterschied Balance Vor allen Dingen Plus 7 Da der große Unterschied Und sonst fast Identisch Plus 3 Ich sehe nochmal Ein kleiner Plus 2 Hier der Unterschied Dev Uninteressant Auch ein minimaler Unterschied Und dann sind wir Bei den Physis Plus 2 Da auch nur Plus 2 Unterschied Bei Nabri 2 mehr Jumping Dafür 2 weniger Jumping hat Nabri Und dann wieder 3 mehr Ausdauer Minimale Boost 2 mehr Stärke Und Aggression Auch plus 3 Also Die Unterschiede Minimal Wirklich Miniminimal Das Gute Und das Positive Wenn wir auf die Info gehen Ist einmal hier am Start Positions Die ich auf jeden Fall Bei Sané Sehe 4 Stelle 4 Stelle Und wenn wir denn so wollen Hoch auf Angriff Vielleicht eher das Bei Nabri dann Aber Das ist es mir von den Coins Ähnlich wert Beide witzigerweise 27 Jahre alt Und beide eben jetzt hier am Start Wir können uns auch die Eigenschaften Dann anschauen Flair Haben beide Beispielsweise Ja Longshot Taker CPU Alles CPU Trades Dann Finesse Shot Hat noch ein Sané Finde ich auch sehr sehr nice Und den Power Freistoß Also Freunde Ich sag's euch ehrlich Wenn wir das jetzt hier 1 zu 1 vergleichen Ja Nabri SBC ist da Sie ist teurer Sie wurde wahrscheinlich so teuer gemacht Weil eben einfach die Tots am Start sind Aber grundsätzlich gesehen Ist das wirklich ein schlechter Trade Na Im Endeffekt würde ich sagen Die Nabri SBC ist auf jeden Fall was Für Nabri Fans Für Bayern Fans Um es einfach zu kompletieren Den Bayern Squad Aber grundsätzlich Falls ihr euch fragt Ich brauche einen Deutschen Auf dem Flügel Der vielleicht auch noch von Bayern ist Ja dann würde ich immer sagen Nabri eher nicht Und auf der anderen Seite Würde ich dicke Einfach auf den Sané gehen Also für 70.000 Münzen Auf den Transfermarkt gehen Und dann let's go Und die dritte Alternative Wenn denn dann überhaupt Würde ich wirklich mir die ganze Woche Einfach Zeit lassen Serge Nabri Auf entspannt machen Und dann einfach schauen was kommt Montag kommen die Upgrade SBCs Der Bundesliga Und so weiter und so fort Ja und da einfach mal abwarten Ihr werdet noch vielleicht häufiger An Füllkrug ziehen Und so weiter und so fort So 92er Füllkrug Hier bei einem Nabri In einem High Rated Squad Macht es schon wesentlich günstiger So ich glaube das ist eine SBC Wie in alles von damals Wie in Jagielka Die nimmst du mal so nebenbei mit Ja Aber wenn es dann eben verpasst Sie mitzunehmen Innerhalb von einer Woche Ja Dann ist es eigentlich auch kein Problem Gerade weil wir jetzt eben Sané Im Endeffekt als perfekte Alternative Auf dem Transfermarkt dafür haben Und was ich auch ganz klar sagen muss Freunde Vergessen dürfen natürlich auch nicht Die ganzen Rewards Die hier noch anstehen Vielleicht nehmen wir euch auch noch Eure von Champs Rewards mit Die sind noch am Start Division Rival Rewards Also eine Woche ist das Ganze da Wie Havertz letzte Woche Der jetzt eben komplett einmal da war Bis nächste Woche Samstag Kommen noch so viele Packs Und so viele Rewards auf uns zu Also ich denke da könnten wir den Auf jeden Fall Für den Preis der SBC machen Das große Problem ist halt hier nur Sané Und das ist halt das perfekte Beispiel dafür Dass man eher Auf den Transfermarkt geht Und eben nicht jede SBC macht Aber ich bin sehr gespannt Auf eure Meinung Und wie ihr das Ganze argumentiert Und was eure Meinung Zu der Nabri SBC ist Ich würde sagen Auf jeden Fall die Puzzle SBCs machen Nabri für mich eher eine Geschichte Wo ich sage Okay Den mache ich vielleicht entspannt Mit meinen Highrated Duplikaten die Woche Das ist jetzt mal so mein Fazit Aber wie gesagt Sané auf jeden Fall Für 70k dann eher neben Wir haben den Vergleich ja eben gemacht Genau Das soll es auf jeden Fall Für heute Für den Samstag gewesen sein Und falls ihr jetzt wie gesagt Bock habt Da halt die Lösung zu Tram zu finden Dann geht die gerne hier unten Einmal in das Video Sonst gerne das Video auch nochmal abchecken Von gestern Das findet ihr jetzt quasi hier Auf der Seite 42 Minuten geht es Das war mega nice Freunde Ordentlich Packs auch am Start gewesen Insofern Sehen wir uns morgen gerne wieder Schaltet gerne die Glocke ein Lasst Liebe da Und wir sehen uns morgen gerne wieder Euch einen entspannenden Abend Haut rein Euer Flo von Archie Gaming Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute